Die sechs besten Playstation Plus Spiele. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Heute stelle ich euch meine Auswahl der Playstation Plus Titel vor. Das sind sechs Titel, ein paar Geheimtipps und ein paar absolute Brecher. Das Ganze gibt es wie gesagt auf Playstation Plus. In dem Spielekatalog sind hunderte von Spielen, die ihr alle zocken könnt mit einem Abo. Es gibt drei Stufen, Essential, Extra und Premium. Wobei der Spielekatalog eben nur in Extra und Premium enthalten ist. Ich würde euch das also wirklich empfehlen, wenn ihr diese Titel spielen wollt. Vielen Dank übrigens an Sony Playstation für die Unterstützung des Videos. Platz Nummer 6 Vampire. Das Spiel ist 2018 rausgekommen und so ein kleiner Gem unter den Titeln, die ich euch ausgesucht habe. In Vampire spielt ihr einen Arzt, der 1918 nach dem Ersten Weltkrieg nach London zurückkehrt. Allerdings erwacht er in einem Massengrab als Vampir. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sich daraus eine spannende Story ergibt. Und bislang habe ich kein cooleres Vampir-Spiel gespielt als das Game. Platz Nummer 5 God of War 2018. Der Reboot der Serie hat die maßgeblich nach vorne gebracht. Kratos und Atreus formen eine Vater-Sohn-Beziehung und man hat eine super spannende Dynamik, die sich entwickelt. Sollte man gespielt haben, wie auch den Nachfolger, aber um den geht es hier erstmal nicht. Sondern um Platz Nummer 4 Far Cry 5. Auch 2018 erschien, ist es mein Lieblings-Far Cry. Ich finde, bislang gibt es keins, was das getoppt hat. Und es ist auch definitiv eins der erfolgreichsten Far Cries. Wir spielen in Hope County, Montana und probieren da eine vorherrschende Sekte irgendwie wegzudrängen. Aber das scheint nicht so ganz möglich zu sein. Und wir werden als Deputy vor einiger Herausforderungen gestellt. Es geht wirklich um Fiasko-Action. Sprich, ultimatives Waffengameplay, verschiedene Rätsel und eine Open World, die es zu bereisen gilt. Und absolute Empfehlung. Platz Nummer 3. Mittelerde Schatten des Krieges, beziehungsweise Middle-Earth Shadow of War. Das Game ist 2017 erschienen und eins der besten Mittelerde-Spieler, die ich je gespielt habe. Gerade das Nemesis-System macht es so spielenswert, bei dem immer wieder neue Orks gegen euch antreten werden und ihr die ja dann platt machen wollt oder müsst. Ihr könnt sogar eure eigene Armee aufbauen. Macht super viel Spaß. Für Herr-der-Ringe-Fans absolute Pflicht. Platz Nummer 2. Kingdom Come Deliverance. Ebenfalls 2018 erschienen, ist es eins meiner Lieblings-Rollenspiele aller Zeiten. Entwickelt von den Warhouse Studios in Tschechien und es spielt in Böhmen. Deswegen, falls dieses Game bislang für euch böhmische Dörfer war, unbedingt mal ausprobieren. Das ist wirklich cool. Wir sind Henry von Skarlitz und spielen ja ein Niemand in dieser Welt. Und genauso fühlt es sich auch an. Wir werden niemals dieser extrem starke Held, sondern es ist alles immer relativ realistisch. Und das macht es so interessant, weil Gefahren wirklich real sind. Platz Nummer 1. Assassin's Creed Origins. Wie könnte es auch anders sein, in einem Video von mir muss das glaube ich vorkommen. Und Assassin's Creed Origins ist mein Lieblings-Assassin's Creed. Ich habe bislang keins gespielt, was so magisch ist wie dieses. Es spielt ja in Ägypten. Wir sind Bayek von Siva. Wir sind der letzte Magi, also eigentlich Beschützer der Pharaonen und probieren gegen einen geheimen Kult vorzugehen. Das alles motiviert durch eine Familientragödie und wir erkunden die Pyramiden im alten Ägypten. Wer unbedingt mal in Ägypten Urlaub machen wollte, sich aber nicht getraut hat, hat hier wirklich die perfekte Möglichkeit gefunden. Vielen Dank an Sony Playstation für die Unterstützung des Videos und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zocken dieser genialen Games. Klickt gerne auf den Link unter dem Video, um zum Spielekatalog zu gelangen, beziehungsweise zur Landingpage, wo ihr auch mich und andere Creator finden werdet. Vielen Dank fürs Einstalten. Bis später, euer Stefan. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Ciao Leute. Und mein Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.